Alle Leute dachten, die klassischen Messen sind tot. Man hat das nicht mehr. Heute präsentiert man sich im Internet, präsentiert sich auf anderen Plattformen, bis man eigentlich wiedererkannt hat, dass Messen heute nicht mehr Verkaufsmessen sind, sondern Netzwerk ist. Hier trifft man seine Kunden, hier trifft man seine Lieferanten, hier kann man das bündeln in wenigen Tagen, viele gute Gespräche. Wir haben sehr viel internationales Publikum, was immer auf den Stand herkommt, langjährige Kunden, aber auch viele neue Kontakte, die wir hier machen. Für uns ist das gerade im Industriebereich eine der wichtigsten Messen weltweit gesehen. Wir sehen die HMI speziell als junges, innovatives Unternehmen als Schritt in die Industrie, als Schritt in die Wirtschaft. Gerade unter dem Aspekt digitale Fabrik 4.0 bietet sich bei uns hier die optimale Plattform, die digitale mit der realen Welt in Zusammenhang zu bringen. sehr genau. Ich bin am Meerdremmessen gewesen, habe ich noch nicht mehr vertreten. Ich bin am Meerdremmessen aber das ist wirklich enorm, aber auch sehr viel schönes Tennis hier. Da wir international aufgestellt sind, ist es natürlich die Plattform. Wir wollen uns zeigen, wer wir sind, wir sind die Nummer eins in unserem Sektor auf dem Markt und wollen uns eigentlich auch präsentieren und zeigen und für das ist der richtige Auftritt hier.